Ach, ich muss ja auch noch hier die Reihe fertig machen. Sehe ich gerade. Ja, ich muss mir gleich mal überlegen, wie ich hier runterkomme, ohne mir die Haxen zu brechen. Und, ja. Äh, ne, das nicht. Da haben wir schon wieder ein halbes Deck schon wieder verbraten. Also die Treppen, die verbrauchen wir ja wirklich in Massen. So, ich mach das jetzt einfach mal so. Auf dem Dach möchte ich jetzt hier nicht irgendwie noch was Besonderes draufbauen. Wie hat höchstens da oben so einen kleinen Gockel? So ein Hühnchen? Das würde ja eh abhauen, wenn wir das da irgendwie mit Zäunen versuchen einzurahmen. Und sieht übrigens auch nicht schön aus. Na, da habe ich hier ja viel gebaut. Komm, ich gehe jetzt hier runter. Das sieht hier so dunkel aus. Egal. Da, da ist er. Das reicht nicht. Da müssen wir noch mal ein paar machen. Na, jetzt sollte es hoffentlich reichen. Und es wird eh dunkel. Da fehlen, glaube ich, sowieso noch zwei. Und ich glaube, ich muss schon wieder aufs Dach. Das machen wir aber, wenn wir wieder, ja, wenn wir geschlafen haben. Ich will jetzt hier nur noch schnell das hier fertig machen. Und mir fällt gerade wieder ein, was ich ändern wollte. Weil das sieht, finde ich, nicht so toll, dass da nur das reine Glas ist. Also ich finde schon gut, dass da nur Glas ist und nicht irgendwie noch andere Muster im Glas drin sind. Aber so habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt die hier so hinsetze, dass da gar keine Glasscheibe drin ist. So. Dann gehen wir mal runter. Und dann gehen wir auch gleich wieder raus. So, Monster müssten an sein. Sehe ich da gerade keine? Doch, da sind welche. Also Monster sind weiterhin an. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich habe ja nichts geändert. und dann schlafen wir mal wieder. Gut. Nächster Morgen. Neues Glück. Wackeln haben wir auch dabei. Dem würde ich jetzt mal sagen, dass wir zuerst, was machen wir zuerst? Wir gehen jetzt einfach mal raus. und bauen hier eins und den Kran. So. Da, wo die freie Fläche ist, kommt ein Holzdingstchen hin. der Planke. Und ich hoffe, dass wir mit den Treppen, ich denke schon, dass wir auskommen, aber ich hoffe auch gleichzeitig, dass wir damit auskommen. weil wäre nicht so toll, wenn wir damit nicht auskommen. da oben müssen wir gleich hin. Und, ja, das sollte natürlich nicht sein. Ja, dann müssen wir das so machen. Ne, das ist falsch gewesen. Ja, kommen wir so jetzt? Besser? Ja, das sieht doch gut aus. Dann holen wir den nochmal weg. Hier müssen wir ja auch noch machen. Ja, hab ich schon erwähnt, dass wir auch Treppen falschrum hinsetzen können. Wenn nicht, dann hab ich das jetzt gemacht, ne? Einfach hier am unteren Ende eines Blocks eine Treppe setzen und dann ist die Treppe falschrum. Da haben wir, glaube ich, schon gesetzt, ja. Hier hatten wir aber noch nicht. Und dann setzen wir da noch dort. Und, ja. Ich baue jetzt einfach da doch zu. Wenn mich die irgendwie lassen würden. Oh, da haben wir auch nochmal 40 Holztreppen. Hab ich ja ganz übersehen. Dann ist das Haus fertig, ne? Wenn ich jetzt hier nicht runterfalle, ne? Da kommt doch mal einer hin. Da kommt einer hin. Und dann müssten wir halt kurz nochmal doch nach oben. Wieso habe ich gerade eine Spinde gehört? Das ist ne gute Frage. Ist vielleicht mein Dach zu dunkel? Wahrscheinlich, ja. Muss ich da mal wirklich ausleuchten. So, Schwert haben wir hier. Fackeln haben wir dort. Das kommt, glaube ich, vom Dach. Da haben wir uns unwissentlich... Oh, ja, ich... Und wie viele hier auch sind, ne? Komm, stirbt! So, unwissentlich haben wir uns hier ne Monsterfalle. Kann ich hier keine Fackeln hinsetzen? Äh, da schon. Da nicht. Wieso kann ich da keine Fackeln hinsetzen? Ich dachte, bei Halbstufen gehen auch Fackeln. Egal. So. Da setzen wir natürlich auch Fackeln hin, hier oben. Und jetzt müsste ich mal kurz schauen. Die setzen wir einfach mal in Höhe. Und hier kann ich ja nichts hinsetzen. Dann setze ich halt hier was hin. Und hier. Und dort. Den lassen wir auch mal. Habe ich jetzt noch ein bisschen Kohle mit dabei? Nein, habe ich nicht. Auch das ist gut. Da wir ja hier die Kohle noch haben. Kann ich runterfallen. Dann machen wir uns wieder ein paar Fackeln. Und hier kommt dann noch mal eine Fackel hin. Und weil's so schön ist, hier unten. So. Weil sonst, äh, ist mir das zu dunkel. Hier auch nochmal eine. Da auch nochmal eine. Und dann passt das schon. Dann sollte hier oben nix mehr spawnen. Das ist eine gute Frage. Hier ist eigentlich jetzt der Baum da schon verschwunden. Wahrscheinlich sind dann doch da noch irgend... Komm, machen wir mal hier so weg. Genau. Hätte doch fast sinken können. Da ist noch was. Und was nehmen wir denn da? Na klar, wir nehmen Eisenerz. Ne, wir nehmen einfach jetzt mal die Erde. Habe ich natürlich auch sehr mündig gesetzt. Ups. So. Jetzt sollte aber auch der letzte Rest verschwinden. Den Baum wieder ab. Den reißen wir nochmal ab. Und dann passt das. Da ist übrigens Kohle, sehe ich gerade. Apropos Kohle. Ne, ich habe jetzt gerade nur die Kühe gesehen. Und habe gedacht, dann gehen wir mal wieder zum Kühen. Wenn ich jetzt hier gerade irgendwie hochkomme. Jetzt holen wir das einfach mal weg. Das nehmen wir mit. Und wir gehen zu den Küchen. Und zu unserer nicht benutzbaren Farm. Farm, ja. Genau, da haben wir die Kühe. Die immer noch so braun-schwarz sind. Was mich halt schon überrascht hat. Aber okay, das nimmt wahrscheinlich im Texturumpack. So. Ich habe jetzt folgenden Plan. Ich hau einfach hier jetzt mal Fackeln hin. Ist zwar auch nicht das Gelbe vom All. Aber so hoffe ich einfach mal. Und da ist nämlich auch ein nicht so schönes Feld. Dass die Ernte... So, komm. Die Fackel brauchen wir da eigentlich ja gar nicht. Bedingstens wieder so ein bisschen gedeiht. Und man sieht sofort, wenigstens ist jetzt wieder da Wasser. Ich hefe nochmal ein bisschen schnell nach. Und... Soll nicht viel zu eisen, da. Ich hau das einfach mal weg. Wahrscheinlich wird es jetzt hier wieder einige Sachen vereisen. Aber okay. Boah, ist das wasserkalt. Das können wir auch nochmal wegmachen. Das wird aber eh wieder zu eisen. Genau, wie dort hinten. Und das eist auch schon wieder zu. Ja. Also so viel bringt es auch nicht. Schade eigentlich.